Hallo ihr Lieben zu einer weiteren Folge der Kinder News. Heute stellen wir uns die Frage, sind Smartphones zu gefährlich für Kinder? Bei Grundschülern bis etwa 10 Jahre ist das sogenannte Cyber-Grooming, Anmachen oder die Kontaktanbahnung im Internet die größte Gefahr. Dabei melden sich ältere Leute, Pädokriminelle, gezielt in Chatforen von Spielen an und kontaktieren dort Kinder. Cyber-Bulling, also Mobbing im Internet, spielt meist erst später eine Rolle. Dazu gehört eine gewisse Organisiertheit, die aber in der 4. Klasse heute auch nicht ganz ausgeschlossen werden kann. Bei diesen zwei Punkten müsst ihr echt sehr gut aufpassen und bei Bedarf dann auch eure Eltern einschalten. Nicht jeder zweite Gestreit, der über WhatsApp ausgetragen wird, ist Mobbing, aber wenn das länger geht, solltet ihr auf jeden Fall eure Eltern kontaktieren. Wenn es sich tatsächlich um Mobbing handelt, müsst ihr auch sofort reagieren und Hilfe holen. Eure Eltern oder Lehrer sind dort die richtigen Ansprechpartner. Habt ihr schon mal so etwas erlebt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal bei den Kinder News.